Hallihallo meine lieben Mitzocker und Mitzockerinnen! Hier ist wieder euer Nuturka aufs Brot und wir spielen hier wieder mal mit dem guten Kinsi Skysolighted. Du wirst nicht glauben was gerade passiert ist, da platzen sie gerade in meiner Aufnahme rein. Ja, man hört's. Wollt ihr mal Hallo sagen wo ihr sowieso schon reingeplatzt seid. Ja. Nee, auf YouTube. Ups. Oh, es wird schon wieder dunkel. Ja, hallo erstmal an alle. Wenn du kommst, kannst du eigentlich direkt higher machen gehen. Ja, ich muss sowieso. Was muss ich? Erde holen. Erde machen. Geh erstmal bitte higher machen. Weil ich stehe hier und bin mein Blut am Opfern auf einer Plattform, wo theoretisch noch Monster spawnen können und das kann theoretisch ins Auge gehen. Okay, okay, okay. Oh, Mutzi schleppt auf. Super. Ja, ich auch. ich auch. Ich bin am Pennnen. So, was wollte ich jetzt Erde machen? Äh, so. Äh... Äh. Äh, äh. Oh Lulu! Gießkanne mehr brauche ich nicht. Oh, da ist ein Zombie. So, gleich platzen sie noch mal rein, ey. Töte den zombie ja wir haben schon anklämpfer wort und tipptopp sehr gut 25 die brauche ich auch die kann ich gleich willst du mein herz mitnehmen ja hier oder wenn du die auf die quest erfüllt kannst du direkt das herz gerade kraften und ist ja einlösen okay quest book da so dann kannst du ja muss sie auch mal schreiben wie viel leben wir haben ich hab nämlich keine ahnung zu anklären rewards einmal kill zombies claim reward und dann haben wir noch so pastoral life okay haben wir noch gar nicht hier das expanding the farms können wir auch machen ich brauchte die nächsten expanding wieso kann ich das können wir machen ja können wir können wir den report nehmen so und dann brauchen wir noch ein moving power da brauchen wir rednet energy cable in hardened energy conduit ja ist ja jetzt auch kein problem mehr wir können ja wir können ja ruhig hand energy conduits machen conduit ich kann den reward nicht kleben warum nicht expending the farms habe ich aber fertig ja aber ich kann es nicht mach mal manual detect nee nee der hat das schon nur ich kann auf die reward klicken und das war's dann warte mal ich gebe dir mal mein sledgehammer und du holst dir ist okay ich glaube mein inventar ist voll ach so deswegen geht es trotzdem mein sledgehammer ja dann einen platz hättest du noch haben müssen ja das langt ja nicht es gibt ja ein reward back dafür und noch anderes zeug also das hat der fahrt durch meine meine vor allem ist auch schon wieder voll so drei und konsum krass alter alter kasse jetzt jetzt kann ich ja jetzt geht es sehr schnell wie viel wie viel leben haben was geguckt lese chat ok wir haben jetzt nur noch 22 leben die haben wahrscheinlich noch mehr wenn sie schon so fragen ich muss einen neuen blatt herstellen ich weiß gar nicht wie viele haben ich habe letztens eine folge von den mal geguckt ich guck natürlich jede folge ist ja klar ein emerald aber ich weiß nicht wie viel leben sie haben so ich wollte erde produzieren wo was habe ich denn da noch ein quarter haare quarter haare quarter haare quarter haare jetzt musst du schon wieder leben opfern hier geht es noch ich habe 5.000 oh ich habe ein greater reward back drück mir die daumen drück ah sword of splintering na ganz geil und ein buch mit fortune 3 das ist nicht schlecht ich habe auch ein greater reward back wenn wir jetzt ein anvil haben könnte ich mir irgendwas mit fortune 3 verzaubern das mache ich aber dann auf eine tinkers waffe ok oder hammer das packe ich mal in die crafting kiste wenn du es dann benutzen möchtest darfst du auch gerne wenn es denn einen sinnvollen zweck erfüllt ja klar ich mache doch nur sinnvolle sachen so was haben wir denn jetzt an oh wir haben wieder 55 oak saplings ich bin in den baum aber wie neugierig sie fragen und dann gar nicht schreiben wie viele sie selber haben und ihr genau ja genau zwei jetzt verarschen sie uns aber ja die verarschen uns die wollen dass wir den leben geben wenn ja die verarschen uns einfach ja glaube ich auch ja das machen sie immer flutsch safari nett trägst du schon wieder die herzen mit dir rum kann das sein nur ein quarter hart ja warum uns fehlt nur ein quarter hart für ein leben ja ist okay jetzt bist du leben geil ne nö aber du bist das letzte mal mit herzen im inventar runter gefallen das war sehr sehr unklever ich weiß aber ja ich weiß ich war auch gerade am rand am arbeiten das war ein bisschen doof das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt deswegen werde ich jetzt direkt was ist das denn ach wir haben schon wir haben schon verzauberte bücher ja mit effizienz und unbreaking praktisch jetzt mal wenn ich durch gehe sammeln nicht irgendwelche kack saplings ein das möchte ich nicht ja pack sie gleich im plan haben wir nicht noch eine haben sie jetzt was zurückgeschrieben zwei ernsthaft die veräppeln uns schon wieder ein sibling ja das ist wohl durch alpha bäume ne ne das ist gar nicht durch alpha bäume das ist auch durch die anderen bäume die da drüber hinweg wachsen ja aber der harvester sammelt die theoretisch auch ein der müsste sie eigentlich einsammeln der hat zumindest die reichweite um sie einzusammeln jetzt sind sie weg war wohl eine etwas intime frage ja ich glaube auch wie viele herzen hast du es ist eine frage nach dem innersten wie viele herzen man hat ich opfer mich für das team komm ich gebe auch mal ein bisschen blut dazu wie mache ich das ne das geht nicht da musst du dir ein opfer wie heißt das opfer herstellen hab ich nicht hab ich nicht morgen nicht hab ich nicht willst nicht vergoldeten apfel warum hast du einen vergoldeten apfel ich kann einen machen alles gut oh werd auch endlich fertig man das dauert ja ewiglich so komm ich da ran 3 erde das könnte ein bisschen schneller gehen hat das hund immer noch kein ei gelegt der harvester ist wieder verbuggt oder was der harvester ist richtig verbuggt oder oder schneiden er schneidet jetzt heute mal zuerst die blätter und dann schneidet er die hölzer ja hat er gemacht zuerst die blätter und dann die hölzer sonst macht er immer anders ja ausnahmsweise mal so gemacht komik ja jetzt planter aus planter an planter läuft noch 48 saplings alles da und ich gieße den ganzen tag damit ich erde farmen kann nein nein weil ich erde farmen mag okay dann halt so sonst reimt es sich doch gar nicht stimmt ja gut oh wie lange dauert das hier denn willst du jetzt ein squid machen ja und ich wollte eigentlich naja ich wollte auch die plattform fertig kriegen aber ich guck mal was noch so zu tun ist ja energy moving power wir brauchen hard and energy conduits da weiß ich dass ich da gekräuselten pulverisierten obsidian braucht sag mal wo hast du denn den obsidian gelassen ich habe keinen mehr wie du hast keinen mehr muss ich nicht erstellen brauchst du einmal ich habe einen eimer du kannst ja zwei geben du musst nicht so auf und her laufen habe ich den netherrack jetzt nicht mehr eingesammelt ich hoffe der liegt da noch irgendwie klappt das hier so nicht der liegt bestimmt nicht mehr so vielleicht ne haben wir hier jetzt noch einen neuen netherrack Scheibenmoor nicht bitte Scheibenmoor nicht das sagt man doch nicht wir haben auch ein Mycelium ja wieso arbeitet denn der sludge boiler nicht oh wie banal wie banal was hast du wieder gemacht nichts schon gut ich sag dir das jetzt nicht ok oh ich bin vergiftet oh es ist vergiftet vergiftet dann heißt es jetzt warten bis die maschinen wieder gearbeitet haben magie dann kann ich das erst weitermachen so gut obsidian ja wie viel lava haben wir denn jetzt wir haben ja gar keine lava ne ja doch wo denn schmelze schmelze ja stimmt da kannst du ja eigentlich ziemlich viel rausholen hm machen wir mal den reward back auf der ist nämlich auch greater und ab dafür oh nein ich hab schon wieder alle möglichen ach quatsch wieso mach ich das denn so ich hab schon wieder alle möglichen glassorten bekommen naja wie viele obsidian brauche ich denn wohl da liegt ja noch wir können unseren ganzen turm aus glas bauen hm hm das finde ich nur dunkel aber ist es keine unendliche quelle mehr hier hier ach wir haben ja hier was sage ich was mache ich denn hier ja das frage ich mich auch oft ein ei juhu das huhn hat ein ei gelegt was war zuerst das tun oder das sei das ei aus dem das huhn geschlüpft ist und wir haben das zweite huhn sehr gut ja dann lass die liebe machen ja das ist ja noch ein kleines kind sie das kann ich doch nicht ahnen ja meinst du es schlüpfen großes huhn aus 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 dem ding da oben star ja habe ich jetzt gedacht soll ich soll ich es gießen kommen okay so hat noch einmal wasser mein so jetzt kann ich mir drei ob sie anmachen jetzt muss ich aber aufpassen dass ich da auch nur dreier sind wir machen und ich kann es während er den dritten macht kann er auch schon umstellen wieder da macht er noch fertig und startet danach mit dem rest so jetzt mache ich den pulverizer leer ach quatsch ich gehe direkt an den pulverizer ganz einfach und pulverisiere mir mein obsidian das dauert bestimmt eine ganze das geht ja voll schnell krass so gehen das noch mal hin wo gehen das noch mal an das geht hier unten in die kiste alles klar pulverized obsidian alles klar da kann ich vielleicht handglas von machen dafür musst du das pulverisieren ja 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 soweit ich weiß ja warte mal ich ich jetzt ist nicht verunsichert ich lasse mich so leicht verunsichert ja auch mit obsidian kenne ich mich nicht so aus wir werden haltend geschatter das war sogar schon richtig thermal expansion acht dafür brauchen induktionsschmelze oder kann ich das auch anders herstellen induktion da brauche ich pulverized obsidian und pulverized lied für oder halt lied in genutzt in genutzt je nachdem was man will aber pulverized lied ist natürlich billiger weil du brauchst entweder einen ganzen in not oder pulverized lied ne das ist das gleiche ne keine ahnung ich glaube man kriegt nur ein pulverized aus einem lied in not aber ich bin auch momentan mal noch nicht aber wenn du es brauchst dann geht das nicht anders also mir sagt ich kann ja mal auf klicken harten glas nie kann ich gar nicht oder was hier und es 4700 lp zeigt mir was anders an wenn ich da jetzt wo drückt kann ich gar nicht hinter drückt und dann auf boot rück nee ich kann das auch aus reaktor casing big reactors nein ich brauche das für reaktor casing ach so so jetzt ist der voll ja ich kann das nur im induktionsschmelze machen anscheinend geht es vielleicht auch in der schmelze aber das würde er mir ja sagen normalerweise ja na gut dann baue ich mir machte ich guck mal ganz kurz so schwer ist ich guck mal ganz kurz was willst du denn machen pulverized hardened glass hardened glass geht auf jeden oder wofür willst du den hardened glass machen brauchen wir ja für hardened energy conduits mein ich und die brauchen wir für eine quest okay ja dann geht nur über einen eimer ich brauche ein machine frame ich habe noch redstone reception coil copper ingnitz in in war ich noch weißt du zufällig ob wir noch in war ich noch haben dann gehe ich gucken ok aluminium aluminium ich ordne ich weiß mal wieso ist dann einzelner ach so der erste einmal von tinkers konstrukt und einmal von ex nihilo ein ingnitz deswegen stapelt er die nicht mehr gut lied 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 sing mir ein lied ich sing dir ein schloss geht anders das ist tinkers was alloy ingnitz ok ich brauche ich nicht ich brauche copper copper kann ich mir schon mal rausnehmen ich hab ein boot übrigens ne kommt gleich auf deko in mit feather falling nee leider nicht ich guck mal in die schmelze noch aber erst weil der weg kürzer ist hier rein warte mal wieder war was wie stellte man das noch mal her zinn und eisen das ist richtig was was willst du erst der eisen stellt man die daraus herner in war in war war das nicht nickel und eisen ja du hast absolut recht ich nehme ein stack nickel ich nehme mir ein warum das reicht ich brauche ja nur zwei aber bereichen ja das wusste ich doch schon aber das ist gar nicht so schlimm nein zufällig bin ich staatlich ausgebildeter betreuer doof kopf betreuer ich bin mich hier am blöd opfern ist mein hammer da ist mein hammer ich habe immer noch tomaten im inventar seit glaube ich drei folgen kommt ihr blut spenden wie viel fehlt mir denn noch jetzt habe ich erst 3600 ich brauche 5000 glitter hast du eigentlich einen blick auf die zeit war klar wir sind bei 19 minuten schaffe ich ja heute gerade vielleicht noch mal den einzelnen broken iron packe ich mit hier rein reicht das reichesten morgen ein moment hin morgen lied blatt ob wir haben sogar blatt da drin sag mal kannst du das blut was du in dem ding sammelt auch in die schmelze packen das weiß ich nicht genau irgendwie müsste das auch gehen jetzt habe ich ja noch gar nicht zusammengefügt wieder crushed iron ore und da wird ja sand raus ich bin übrigens mal auf die reaktion gespannt wenn brainiac und schneckball erfahren dass sie für ein quest auch mal ins nether müssen wenn man die schmelze ist die irgendwann auch voll nee oder ich habe keine ahnung auf jeden fall geht der holt drauf viel rein ich hole mal das elektron grad vorher raus bevor der da da scheibenhonig da habe ich jetzt mein hammer reingelegt okay so geht nicht mit dem okay geht mit dem nickel ist drin jetzt noch fünf iron ore noch mal elektron und elektron schnell schnell blöcke mein lehrlings blut ob ist fertig dann machen wir doch mal hier jetzt joinkie joinkie klappt das jetzt ja es klappt ich hoffe das verbindet sich mit irgendwas anderem jetzt krieg ich kein lied ich bin baby ich bin baby ist tina ich bin baby ist tina ich habe den kerstin kräber genommen los schneller oh ist schon bei 21 minuten wo ist der kraft fintech casting table raus da 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 wieder voll und jetzt das dauert ja ewig molten nickel wo ist siren das iron hat sich wieder mit irgendwas verbunden jetzt habe ich hier wollten in war aber ich weiß nicht wie viel ja dann kannst du ja dann einen block oder in gotts raus gießen so alles gut also mal habe ich jetzt ein inner block bekommen oder war das immer noch ein elektron block das dauert ewig haben wir zeit in war in war in war ich brauche in war jetzt hat er 15 in war alles klar ich mache mein blog und ignatz mein blog eine homie mein blog habe ich immer noch platz nein habe ich natürlich nicht das könnte wegschmeißen kohle holz weg damit weg 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 wir müssen ins bett gehen und ich muss abmoderieren danke dass ihr zugeguckt habe ich glaube gerade wie ein leverage project ins haus weil ich angst habe so schnell die tür zu gehen sie kann ja 30 20 sekunden noch das heißt lasst daumen da wenn es euch gefallen hat und ansonsten bin ich euch noch einen wunderschönen tag auf wiedersehen ciao macht's gut tschüssi tschüss bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal